Drifting World Champion Reese Millen und Freestyle Motocross Superstar Robbie Madison auf ihrem Weg zum Ultimate Ride in Las Vegas. Ein noch nie versuchter Backflip in einem Truck und ein gänsehautverdächtiger Sprung mit dem Motorrad sind die Highlights der Silvesternacht 2008-2009 in Vegas. Am Sonntag, den 28. Februar um 22 Uhr im Red Bull TV Fenster bei ServusTV. . .